So, Geldkarte. Ist drin. Nee, ich will nicht 90 Cent. Ich will 50 Cent. Nee. Jetzt kann ich nur runterzählen. Rot. Abbrechen. Minimum 50 Cent. Der ist falsch eingestellt. Ja, dann legen wir jetzt eine andere Karte hin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Er akzeptiert auch die 50 Cent ja nicht. Probier nochmal mit 50 Cent. So, 50 Cent. Minimum ist erreicht. So, grüne Taste. Ja, grüne Taste. Akzeptiert er nicht. Ja, super. Okay. Abbruch. Gut. Dann Parkscheibe.